Es ist soweit, es ist Freitag, der 25.11. und damit ist heute Black Friday. Überall gibt es Aktionen und Rabatte und wahrscheinlich trotz hoher Inflationsraten dürfte sich dabei das ein oder andere Schnäppchen machen lassen. Und auch wir lassen uns natürlich nicht nehmen, auch wieder die Bivodo Black Week diese Woche zu veranstalten. Die läuft schon seit dem 21.11., also seit Montag und läuft noch bis zum 28.11. bei uns. Und jetzt ist quasi der Black Friday, sozusagen quasi Halbzeit oder auch Primetime, so der wichtigste Tag. Und wir möchten einfach mal zusammenfassen, was es bisher an Deals gibt im Auto-Abo- und Leasing-Bereich und einfach mal so ein bisschen euch zeigen, was es jetzt gibt, was wir euch empfehlen können und natürlich euch auch dazu einladen, dann selber bei uns in der Black Week zu stöbern. Bevor wir jetzt in einzelne Deals einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz vorher über die Gesamtsituation sprechen. Es ist natürlich kein Geheimnis. Im Automarkt ist das Preisniveau deutlich angezogen. Man sieht es überall. Gebrauchtwagen, Neuwagen, alles ist teurer. Die Liefersituation ist nicht einfach und das hat sich jetzt auch nicht viel gebessert. Aber man muss trotzdem dem Ganzen zugestehen, dass es jetzt so ein Vereinzelte, die es gibt, die wir auch haben und dass auch einzelne Anbieter jetzt so zum Black Week, zum Black Friday nochmal ein bisschen Nachlass gegeben haben, auch trotz der angespannten Lage. Und ja, das ist eben die Situation, mit der wir jetzt erstmal leben müssen. Und für all diejenigen, die eben jetzt ein Auto brauchen, auch die Gelegenheit, jetzt nochmal zuzuschlagen zu diesen Black Week Deals. Und für diejenigen, die vielleicht länger warten können, die können vielleicht eventuell mit einem Auto-Abo überbrücken. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Denn es gibt dieses Jahr erstaunlich viele Auto-Abo-Angebote. Und das liegt einmalseits natürlich daran, dass das Auto-Abo durchaus attraktiver geworden ist, wenn der gesamte Leasingpreis steigt, wenn es da weniger super Aktionen gibt, dann ist natürlich ein Auto-Abo plötzlich deutlich attraktiver, wenn man das eben, diese Vollkostenrechnung mit Kfz-Versicherungen, Wartung, Verschleiß und all den Nebenkosten macht, die es da so gibt. Und dementsprechend haben wir eben einige Abo-Deals dabei und etwas weniger Leasing-Deals, als wir es vielleicht gewohnt sind. Steigen wir mal ein in das erste Angebot. Und das ist die sogenannte Galactic Black Week von Like2Drive. Das ist sowieso schon immer eine recht günstige Auto-Abo-Anbieter, die zu recht guten Konditionen diverse Fahrzeuge anbieten. Und die haben jetzt im Rahmen der Black Week eben bis zu 50 Euro auf die monatliche Rate als Rabatt geboten. Das Ganze läuft seit 21. also seit Montag und läuft es noch nur noch heute. Aber alle Aktionen, die ihr hier seht, die sind heute nochmal gültig. Das heißt, 40 Euro, 50 Euro, 30 Euro, je nach Marke, gibt es hier eben Rabatte auf die sowieso schon recht günstigen Preise von Like2Drive. Und der Rabatt gilt dann auch über die gesamte Laufzeit. Das heißt, wer da nach einem Abo sucht, gerade vielleicht für die Cupra-Monitor, die sind recht interessant, der kann hier durchaus mal vorbeischauen. Ja, gleich geht es weiter mit einem Abo-Angebot, und zwar diesmal von Hook Autowelt. Hier gibt es nämlich 100 Euro auf die erste Rate bei diesem Opel Corsa. Das ist natürlich kein dauerhafter Rabatt. Das wäre auch zu schön. Aber immerhin 369 Euro, das klingt jetzt vielleicht nicht super günstig für einen Opel Corsa, aber ist in aktuellen Zeiten durchaus ein sehr, sehr attraktiver Preis. Denn es gibt kaum noch Autoabos unter 400 Euro. Und so einen klassischen Kleinwagen mit einer soliden Qualität für um die 350, 370 Euro, das ist in aktuellen Zeiten durchaus ein guter Deal. Gleich geht es weiter mit einem Abo-Deal. Das ist der Toyota Pro Ace Verso Kombi. Das ist aber ein bisschen ein Nischendeal, weil es auch eine Besonderheit ist. Der ist jetzt auch nicht super günstig, aber er ist interessant vor dem Hintergrund, dass es ja sonst selten eben solche großen Siebensitzer und große Vans, wenn man das vielleicht auch für die Firma braucht oder irgendwie so als Personentransporten müssen, dann ist das durchaus eine interessante Sache, vor allem in einer kurzen Laufzeit von nur sechs Monaten. Dann ein sehr großes Highlight ist das Tesla Model Y Long Range. Bei Tesla war es ja lange so, dass wir echte Probleme mit den Lieferzeiten hatten und dass es kaum Modelle gab. Jetzt auf einmal kann Tesla wieder gut liefern, vermutlich weil die Gigafactory Berlin hochfährt und auch die Autos aus Shanghai besser kommen. Und so gibt es jetzt aktuell ab 599 Euro mit recht wenigen Kilometern im Monat, das kann man aber anpassen, über eine Laufzeit von sechs Monaten das Tesla Model Y Long Range. Das ist wirklich ein echt extrem guter Deal, wenn man bedenkt, es handelt sich hier um ein Auto-Abo, alles inklusive für 5,99 Euro. Und wer jetzt mal eben Tesla ausprobieren möchte, der kann durchaus sich diesen Deal mal anschauen. Das ist sicherlich der Bestpreis derzeit am Markt. Nach all den Abo-Deals möchten wir natürlich auch noch kurz mal ein paar Leasing-Deals zeigen, die es jetzt gerade gibt, die jetzt gerade aktiv sind. Wir haben unter anderem hier ein Fiat 500e über Einfach-E-Auto, ein Partner von uns. Dabei handelt es sich um ein Leasing-Angebot, was auch recht günstig ist mit 148 Euro pro Monat. Hinzu kommen halt 1200 Euro Überflugungskosten, das ist nicht allzu günstig. Aber insgesamt ist es durchaus einer der günstigsten Fiat 500e, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Und es wird ja auch schon der Umwelt-Monus von 4500 Euro berücksichtigt, das heißt der Umwelt-Monus, der 2023 gilt. Das heißt, auch hier gibt es kein Risiko, wenn das Auto nächstes Jahr kommt, bekommt ihr dann entsprechend den angepassten Umwelt-Monus für diesen Fiat 500e. Ja, dann ansonsten, was bei Leasing-Deals auch ähnlich wie bei den Abo-Deals gut verfügbar sind, sind die Cupra-Modelle. Wer jetzt ein Fomentor, ein Ateca, man sieht es hier, möchte, da sieht man wieder, die Lieferzeiten werden hier kürzer, fünf Monate, zwei Monate, teilweise auch sofort verfügbare Fahrzeuge. Gibt es jetzt hier zum Beispiel den Cupra Ateca als 300 PS-Version, gab es schon länger nicht mehr günstiger für 339 Euro für Privatkunden oder 218 Euro für Gewerbekunden. Das sind schon wieder sehr, sehr gute Konditionen, wenn man eben Bock hat auf so ein sportliches SUV. Darüber hinaus können wir auch nochmal einen Blick in die Kategorie der Leasing-Angebote unter 200 Euro werfen. Früher war ja mal so 100 die magische Grenze, da gibt es aber heutzutage kaum noch Angebote, wenn dann nur noch mit ominösen Sonderkonditionen wie Loyalisierungsprämien nur für Fahrschulen oder sonst irgendwas. Und da gibt es jetzt immerhin so ein paar Angebote. Wir haben jetzt zum Beispiel den genannten Fiat 500, hier ein Opel Combo, ein Mokka E, ein Kia Sportage. Das sind alles so Kompakt-SUVs, die man hier zu diesen Konditionen bekommt. Ich finde ganz interessant, hier unten gibt es den Seat Arona nur über zwölf Monate, der wird dann auch im Frühjahr nächstes Jahr geliefert. Das heißt, hier würde man sich auch nur für einen recht kurzen Zeitraum binden, könnte den Deal hier sozusagen auch als Übergangslösung sehen und dann sozusagen in 2024 nochmal nach neuen Leasing-Konditionen Ausschau halten. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man hier, also viele Angebote werden jetzt derzeit so mit 48 oder 60 Monaten berechnet und wenn man überlegt, wie sich der Automarkt dann verändern könnte in vier bis fünf Jahren, dann hat man eben so lange einen Deal von dieser Hochphase sozusagen an der Backe und ich glaube, das ist nicht so smart, als wenn man eben sagt, ich gucke jetzt eher nach einem Abo oder nach einer kurzen Laufzeit und suche mir dann ein bis zwei, maximal vielleicht drei Jahren schon wieder ein neues Auto. Wie man sieht, es gibt es ein paar Deals zu holen. Das ist vor allem sind es natürlich die Volumenmarken und auch ausländische Marken. Bei den großen Premium-Herstellern ist gerade aufgrund der hohen Preise und der langen Lieferzeiten eher weniger zu holen, also Mercedes, BMW und Audi. Da haben wir leider nicht wirklich ein Deal für euch, wer danach Ausschau gehalten hat. Aber wie gesagt, schaut euch das mal an. Vielleicht ist ja auch gerade so ein Abo eine gute Übergangslösung für euch. Denn wer jetzt ein Auto braucht, der kann sich jetzt nochmal hier einen guten Deal sichern. Das Ganze läuft noch bis zum 28.11. bei uns. Wir packen alle Links unten in die Beschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das war jetzt eben nur mal ein ganz kurzes Zusammenfassungsvideo zu unserer Black Week und unserem Eindruck zu den Auto-Leasing-Auto-Abo-Angeboten des Black Friday 2022. Bis dahin, macht's gut.